halli hallo und ein herzliches willkommen zurück zu unserer bum bum höhlen tour ja ich stehe hier immer noch in dem eck und ich mache jetzt erst mal eins ich begebe mich hier langsam raus nehmen hier eine fackel setzt die mal hier oben hin und stellen mal provisorisch ganz schnell hier die beiden kisten hin kommt auch nichts nein hier oben kann auch nichts runterfallen und dann tun wir mal gucken was wir haben wir haben zwei steck kohlek haben da die uranium die safire steck pflastersteine noch und die können wir eigentlich sagen können wir eigentlich so weit bei uns behalten und bogen von wem immer den kriegt bogen und pfeile ich glaube dann stellen wir mal hierher oben können wir brauchen das können wir auch hier rein tun mal körper eisen ich tue es mal zur sicherheit hier rein die kohle hierher das trinken auf weg war noch mal eh nehmen das hier rein und und das mal gleich verdonnern dann nochmal ein sticks ein fackeln sticks was sag ich denn wieder so und dann wollte ich hier her der dahl mit zulke oh oh o o o 1, 2, da schreitet irgendeiner rum. diamond 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 das tun wir doch mal hier vorsichtshalber hin ok nein ich habe hier bloß vorsichtig gemacht nicht dass hier unten drunter irgendwo sechster jemals wieder geil echt stark so machen wir schön hier weiter mit unserer höhlen tour bisschen mehr licht für euch glaube ich weil mir ist aufgefallen ich habe die letzte folge mir noch mal angeschaut ich glaube ich mache doch ab und zu bisschen zu dunkel und ihr könnt nicht mehr richtig sehen was ich denn da abbaue oder was ich anstelle kohle 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 die kohle nehmen wir auch mit oh redstone oder ja ja Oh. da oben ist nichts jetzt gucken wir mal vorsichtig hier hoch was da hinten kommt setzen wir provisorisch eine Fackel hier was ist das da? grün ich habe glaube viel zu viele gute Sachen liegen gelassen wo mir das erste mal die Kiste die ist hier unten ich habe irgendwo gesagt wir können uns nach oben bauen ich glaube das war hier oh das nehmen wir auch mit hier ja ist ja gut machen wir uns eine Lampe hin eine Lampe sage ich eine Fackel eine Fackel zack dich will ich auf alle Fälle ich habe hier abgebaut also möchte ich dich haben freunde wo bist du ach da hinter mir hinter mir kloppert hier tot ich weiß aber jetzt nicht wo wir sind ich weiß aber jetzt nicht wo wir sind hier geht es nach oben und hier war Kohle und auch Lava dahinter oder ja ja schon wieder geht es los wieso ist da auf einmal so dunkel waren wir da nicht schon mal und wieder zwei und es fängt schon wieder an das darf doch wohl nicht wahr sein ich glaube ich sollte mal doch zu meinem haus abgehen und mir ein paar paar so tablette verschreiben lassen die wogegen probleme mit mit dem herzen sind die kohle will ich kann kommen was will auch ein gripper steigt man das also da hinten links rüber stehen unsere kisten da wo schon wieder dunkel ist und da habe ich irgendwann mal was abgebaut da hinten waren wir auch und da habe ich irgendwann mal was abgebaut da hinten waren wir auch ich mache da mal weg weil ich gern sehen würde was da dahinter ist hat sich nicht gelohnt naja ich dachte da versteckt sich etwas da ja ist gut ich komme ich muss dich mit meiner faust erschlagen weil das rubieschwerterhanna nicht hierher gekommen ist ich nehme mich noch mit und ich da oben auch würde ich auch wenn ich wüsste was ich mit dem zeug ישen hier war irgendwo doch der knochen kalle Knochenkalle, huuuhu, hier bin ich, hey, was machst du da drüber, Steg reinwerfen, ich sehe gerade unsere Herzchen nehmen ab, und nicht mehr zu, Nikolai, ja, hier oben ist irgendwas, das würde mich interessieren, um was es da dreht, weil da kommt Alritz so viel runter, also hier steht unsere Kiste, da hinten ist noch Eisen, warum ist jetzt da oben wieder dunkel, und ich würde mal sagen, jetzt hat es noch mehr Eisen, was ist das, ist das ein Bewohner oder ein Zombie, weil der so eine Rübennase hat, was steht da über uns, eine Spinne, komm runter, Licht, Lava, 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 ich hole uns erstmal das Eisen da unten, Egal was uns auf die Köpfe fällt, Licht, und hier durch, gut! Michael, mein Mann, mein Mann, mein Mann, mein Mann! ich bin heute ein klein wenig angespannter nachdem was da gestern alles nachdem was da gestern uns alles entgegen gekommen ist mache ich es heute noch vorsichtiger die kohle gibt es jede menge kohle würde interessieren was da oben ist noch mehr kohle oder manchmal zu dass ich nicht rein fliege so aus versehen da fackel und kohle hier zwitschert und tut und macht kohle noch mehr da sind wir ja durchgekommen da bin ich komm her komm arschloch hinter jeder kommen so die kiste ist hier unten hier geht es runter ich will mal hier oben gucken ob ich den ausgang finde da ist das loch also müssten wir hier mal eine fackel hin machen den ausgang die kiste lassen wir vorsichtshalber hier oben da geht es raus ja ja ha 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 also da ist der ausgang hier geht es runter zur kiste hier ist eisen was wir beim letzten mal übersehen haben so nichts mehr und jetzt gehen wir hier hoch nehmen die zwei kohle mit oder noch mehr kohle und jetzt gehen wir hier hoch nehmen und jetzt gehen wir hier hoch nehmen die zwei kiste kohle 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 der hat direkt meinen da gab es gezischt aber hat nicht gezischt klingeling ich glaub ihr wisst schon langsam wenn es da im hintergrund klingelt normal da haben wir immer so einen gold das ist gold ja gold haben wir auch noch keines gold brauchen wir auch hier raus wo geht hier wieder hin übrigens das war schon und ein grieber zum abschluss das ist das da unten nein 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 creeper jede menge seite das und er schießt auch noch mit feil und boh die waren wir noch alle beruhig dich so ihr seid weg da hinten doch nicht hallo grieber um bummi bumm ja ich würde sagen diese meiner tour für heute ist hiermit auch beendet ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wünsche euch noch viel spaß heute ciao ciao da ist noch einer creeper ich kann nicht die aufhören solange der creeper hier lebt weil okay wenn nämlich der creeper noch lebt habe ich ein problem dass da noch einer kommt ich habe ja hey der macht hier meine meine sendung da kommt auf alle fälle nichts mehr aus diesem loch so jetzt gehe ich aber hier wieder zurück wieso kann ich nichts mehr einsammeln bin schon wieder so weit ist aber ich hab kein bock ich muss jetzt lang schon wieder einer boh 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 okay 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 ja also ich bedanke mich liegt ist keiner in der nähe nein keiner mehr ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen ciao ciao euer oli